Die müssen stark kämpfen gegen die keltischen Krieger. Aber sie sind am Siegen, alles wird aber viele Truppen kosten. Ist egal, wir haben so viele Truppen schon vernichtet vom Feind. So, die sind praktisch noch komplett vollzählig. Und ihr könnt direkt mal, wenn ihr das geschafft habt, Söldablenker sind nicht so stark, dann direkt weiter auf die anderen. Und ihr helft euren Kameraden gefährlichst. Und ihr schießt auf die. Sperrkämpfer wollen natürlich auf die Kavallerie drauf. Und ihr könnt mal helfen gegen den Skorpion, genauso wie die Römer. Und unsere Velitis-Einheiten. Ja, hier kommt von hinten die Schwere drauf, während die versuchen, unsere Kavallerie abzufangen. Das wird aber nicht klappen, weil wir sehr, sehr starke Fernkämpfeinheiten haben. Der Feind versucht uns zu umrunden in einem Pseudo-verrückten Manöver. Und ich muss erstmal unsere Schlacht reinordnen. Da sind Adelssperrkämpfer. Hört auf, auf diesem Scheiß rumgehüpfe hier. Geht jetzt da rauf. Die verlieren Truppen, unsere Petrojaner. Sperrbrüder. Und es macht irgendwie Sinn, aus meiner Sicht jetzt mal von hinten mit der Kavallerie einmal so als Schockwirkung drauf zu hauen. Draco, Kavallerie und Schildgrüttinformationen. Ja, einmal hinten rein. Einmal so als Schock. So, und ihr hört kurz auf damit. Die Quittis sollten einmal rein. Ich hol sie gleich wieder raus. So, dann haben wir den ersten Teil der Schlacht. Ja! Sehr schön. Dann haben wir nämlich den ersten Teil schon mal gewonnen. Ja. Ah, guck. Ja, gut. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Erschüttert sind die Feinde. Wir ziehen unsere Truppen ab, die zum Teil schwer verwundet sind. Und, äh, gut. Als nächstes gilt es jetzt, uns neu zu gruppieren und praktisch eine veränderte Schlachtverordnung anzunehmen. Denn unsere Hauptfeinde stehen jetzt hier und kommen von hier hinten an. Ja, ihr müsst angreifen, ne? Ihr habt mich angegriffen. Ich wollte es mal so gesagt haben. Am besten nehmen wir die gesamte erste Armee und stellen sie schon mal hier auf. Ihr geht dahin. Ihr habt auch noch reichliche Munition und habt kaum Truppen verloren. Gut, von euch sind viel übrig geblieben. Und wir haben bisher eine Einheit erst komplett verloren. Und die Equities, diese da, sind noch komplett heile. Die meisten Truppen sind aktiv oder frisch sogar. Nun, die sind außer Atem. Aber ich denke, das können wir auch noch irgendwie hinbekommen, dass die wieder besser werden. Und die Gladiatoren haben auch erst wenige Truppen verloren. Jetzt gilt es, die Verstärkungstruppen zu vernichten. Die da wären drei. Wobei eine Armee nur aus einer Einheit besteht. Die könnten sogar schon vernichtet haben, aus Versehen. Das ist auf jeden Fall eine ganz komplette Armee hier. Ich glaube, das ist die Garnisonsarmee. Hier sehen wir Truppen, wie sie sich zurückziehen. Eine weitere Einheit Cage der Skorpione ist unter anderem dabei. Das ist natürlich gefährlich. Allerdings, so viel Schaden wird jetzt auch nicht gemacht. Und, äh, gut. Gut, erstmal aufstellen. Das dauert nicht. Lass mal kurz einen Vorlauf machen. Bei Ablauf der Zeit gewinnt ihr. Klar, weil wir Verteidiger sind. Das könnte man dem Feind auch mal sagen, vielleicht. So, die Truppen stehen weitestgehend. Ja, stimmt. Eine Einheit Welly-Test haben wir auch noch verloren. Gut. So. Durchatmen. Weiter geht's. Dann müssen wir jetzt eben vorrücken. Wir wollen auch nicht, dass es ewig dauert hier. Hm. So. Der Feind positioniert sich klug auf einem Hügel. Das, ähm, kennen wir ja inzwischen von der KI. Und er greift an. Das hört man schon. Er ist ja Trompete. Ich weiß nicht, was hier aus den Wäldern noch alles rauskommt. Eine Überraschung. Aber wir sind ja teilweise auch verdeckt. Und das Problem ist meistens, wenn wir verdeckt sind, heißt es meistens auch, dass der Feind ebenfalls noch Truppen in Petto hat, mit denen man so nicht rechnen konnte. Diese verwundete Equites-Einheit macht vor allem Sinn, sie jetzt einzusetzen gegen den Skorpion, sozusagen als Himmelfahrtskommando. Der baut sich nämlich schön da hinten auf. Wild Schwertkampf. Ja, hier kommt immer mehr so aus den Wäldern aufgetaucht. Ja, das ist nie und nimmer nur die Garnisonsarmee. Ja, kann gar nicht. Das waren nämlich elf Truppen. Das sind ja so bestimmt 14, die ich hier gezählt habe. Der baut sich langsam auf und wir bauen es ebenfalls langsam auf. Das ist eine Art schiefe Schlachtordnung. Wie bei Friedrich dem Großen. Und wir marschieren jetzt kräftig vor. Die Kavallerie allerdings besser hier hinstellen, weil die nicht so stark ist im Wald. Und ihr geht direkt darauf. Auf die Art der Lerien. Ja, das war bei Leuten, als Friedrich der Große Hey, hey, hey. Ja, ist, ich weiß, das war mein Terminkalender. Äh, als Friedrich der Große da gegen die Österreicher einen phänomenalen Sieg mit einer damals als vollkommen bescheuert angesehenen Taktik, nämlich dem sogenannten schiefen Flankenmarsch geschafft hat. So, aber jetzt sind wir erstmal nicht in der Neuzeit, sondern bei den alten Römern. Ja, scheiße, oder? Ganz viele versteckte feindliche Einheiten. Das wusste ich aber vorher. Und wir marschieren direkt nah ran, denn wir waren ja bisher ebenfalls versteckt und das ist für die feindlichen Plänkler-Einheiten natürlich eine äußerst unangenehme Überraschung. Freie Herbanner und allmöglichen Scheiß kommt hier. Oh Gott, hier ist jetzt wirklich lustig. Keltische Plänkler. Welche Männer? Das sind sicherlich die Kavalleristen, oder? Ja. Aber der Skorpion, die Einheit ist so gut wie weg. Und haut auch schon gleich ab. Das ist für mich meiner meiner Auffassung nach ein Sieg. Unsere Einheit. So. Unsere Kavallerie, die muss hier sich bereitheilen und es geht in den Nahkampf, wie gesagt. Und wir schauen uns mal im Nahkampf von ganz nah ran zu besuchen, was das für ein Gemästchen bedeutet hier. Hier können wir die Feinsche einsetzen, hier. Die Feine hauen schon ab, die ersten Truppen. Nicht wanken, bitte. Wir brauchen den Sieg. Was ist denn ein Einheit? Welche Wanken? Hier mittendrin. Ah, das ist gefährlich. Okay, Verstärkung rein. Nackte Schwerkämpfer. Wir setzen die Peitsche ein. Gewinnen wir hier wenigstens. Das geht gegen Steinschleuderer und die gefährlichen Willenschwertkämpferer. Die Gladiatoren haben gut gekämpft, aber sind auch schon fast ausgemerzt. Ihr könnt euch mal auf die Steinschleuderer stolzen und ihr geht am besten von hinten irgendwie da rein. Die sind so gut wie totgleich. Ja, egal. So. Die Kavallerie kann von hinten mal auf die keltischen Stammeskrieger rauf und ihr könnt gleich von hinten auf die ganz anderen Truppen rauf. So, ich hoffe, das klappt. Oh ja, das hat gut was gemacht. Ja, bei uns wankt vieles, das weiß ich, aber unser General ist ja dabei. Du gehst jetzt von hinten ebenfalls drauf mit eingesetzter Peitsche und ihr holt aus und dann werden wir mit einer Art fliegenden Keil da rein, in die wilden Schwertkämpfer. Attacke! Jetzt nichts mit wanken. Die Feinde werden jetzt hoffentlich Platzangst bekommen oder Massenpanik oder irgendwie sowas. Ja, die keltischen Krieger zum Beispiel. Ja, genau das ist passiert. Ah, die stecken sich alle gegenseitig an. Die wanken schon. Ja, wir wanken doch nicht. Die wanken. So, da ist nochmal Steinschleuderer, da geht die Pretorianer-Kohorte drauf. Unsere mittlere Nahkampf-Kavallerie wird in einem aufreibenden Nahkampf die keltischen Stammeskrieger hier unten im Tal vernichten. Hoffe ich zumindest. Das wird eine ganz knappe Kiste. Hier sind wir gerade am Gewinn. Ja, mir doch egal. So, hier geht weiter da drauf. Ja, ich weiß, es ist eine harte Schlacht für alle Beteiligten. Frisch, dann können wir auch einen Quatsch einsetzen. wankend. Wenn sie das sehen, dann ist es lustig. So, wir haben so gut wie gewonnen. Da ist noch eine feindliche Einheit, die Eidgeschworenen. Die können wir ein bisschen verteidigen. Nicht verteidigen, verfolgen meine ich. So, Quatsch. Und ihr verfolgt die. Und die, und die, und die. Und dann haben wir gewonnen. die Männer wanken. Regionäre. Zurück! Zurück! So. Seht euch zurück! Wir müssen eigentlich gewonnen haben, oder? Das sieht doch gut aus. Ja, der Sieg ist unser. Sehr schön. Gefecht beenden. Teurer Sieg. Ich weiß. Ihr habt gesiegt, doch zu welchem Preis? Viele haben euren Sieg mit dem Leben bezahlt. So. Jetzt die Schlachtstatistik. Und die hat es wirklich in sich. Wir haben aufgestellt insgesamt äh, 1920 Soldaten. Dafür haben wir 1356 verloren. Das war für uns höchstverlustreich, die Schlacht. Da kommen viele Einheiten nicht zurück. Aber wir haben auch 1317 Mann getötet und er hat nur noch 1309 Truppen übrig. Das ist für mich ein klarer Sieg. Und gerade unsere Petorianer haben richtig Fehler zu beigetragen. Jetzt hab ich gekleckert. Ich kann auch nicht mehr trinken. Es ist einfach so. So, das hab ich eben rausgekattet, den Rest. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir haben nur drei Einheiten komplett verloren. Der Feind hat jede Menge Einheiten komplett verloren. Und wir töten den Rest. Da gibt's keine falsche Gnade. Und, äh, ja. Mal sehen, ob wir gleich mit der Armee noch einmarschieren können. Oder ob das dann zu gefährlich ist. Ich schätze mal fast, dass wir entweder die zurückziehen müssen und austauschen müssen oder dass wir die zweite Armee dazunehmen müssen. Wir bekommen ja auch keine Verstärkung im Feindesland. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Keltiberische Konfederation, die ist auch aktiv. Wir müssen den Krokodilskopf da auf dem Wappen. Und, äh, ach du Scheiße, sie greift an einen Hinterhalt. Netos, flammendes Schwert. Das möchte ich gerne automatisch machen. Siegchance ist hoch und wir machen es mal in eine ausflächende Stellung, auch wenn wir dadurch viele Truppen verlieren. Das ist mir egal, wir gewinnen. Ja, ist ja gut. Keine Ahnung, wie wir auf den Hinterhalt kommen. Das ist aber eine relativ große Armee, glaube ich. Ja, Pyros Sieg, aber der Feind ist stark geschwächt. Den Rest töten wir ebenfalls und die hauen ab. Und ich werde uns gleich erstmal wieder zurückziehen. Die Zestetaner sind auch anwesend. Die Ibnani fallen und eigentlich die Angriffspack, das können sie machen, aber ich werde nicht drauf eingehen. Das war eine harte Schlacht gerade eben. Aber wir haben ja verdient gewonnen. Sozusagen die Ruhe nach dem Sturm jetzt. Dass die Kate Ibera gleich mit uns gekämpft haben, war natürlich auch ein bisschen doof, aber ich schätze mal, dass wir die besseren Verstärkungsraten haben. Wir haben auch einfach das Riesenreich mit der besseren Wirtschaft. Da können wir uns auch mal eine Niederlage erlauben oder eine hohe Verluste. Es macht nichts, das verzögert alles nur ein bisschen, aber wir haben ja unsere Verbündeten und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert ist. Ja, jede Menge Tote. Die Legion Magna Grecia braucht neun Kandidaten, dann nehmen wir am besten mal so einen anderen Häusern, das ist in Ordnung. Und die siebte Legion Belgica braucht einen anderen, dann nehmen wir den Ehen, der ist etwas besser. Und die siebte Legion Hispania, da können wir nur noch den nehmen. Und, äh, gut. Verborgener Agent entdeckt, die Senorix. Gut. Diese Truppen müssen wir wohl darüber zurückziehen, nach Asee. Wieso kommt ihr nicht weg da? Ach, weil das so viele Feinde sind. Könnt ihr wenigstens da hin? Ja, das könnt ihr machen. Ist doch lustig. Also, wir könnten diese Stadt erobern, das tun wir einfach mal. Und zwar ganz, ganz fix. In der aggressiven Stellung. Ja, ich hab das Leerzeichen beschleunigt. Und wir besetzen die Stadt. Auch wenn da für uns nicht viel übrig bleibt. Ich fürchte, wir werden diese Legion gleich verlieren. Gut, erstmal ist der General besser geworden. Wer hat mal am besten... Ah, hat er diese Spezialfähigkeiten. Infanteriekommando ist gut für jemanden, der vor allem Infanterie befehligt. Und, äh, wir können sogar die Truppen auch aufrüsten. Was ist denn das für eine schöne Munition der Stufe 1? Aha, zwei Punkte Munition mehr. Gut, also wir halten jetzt die Stadt Numantia als dritte Stadt von Kartagensis. Das passt also ganz gut, weil Kartardasch und Ase ebenfalls von uns gehalten werden. Und, äh, die Keltibera sitzen hier, die Zerzitana haben auch Truppen. Und wir müssen genau aufpassen, ähm, wem wir uns hier jetzt anlegen, denn hier ist es natürlich jetzt extrem gefährlich. Die Wollzee sind da und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass wir das umrüsten können. Schreibe das Jupiter selbstverständlich. Das rüsten wir ab. Und ansonsten gucken wir mal, was hier passiert ist. Also, wir haben nicht mehr so viele Truppen übrig, das weiß ich selbst. Da ist kaum noch was übrig. Das ist ohnehin sehr schwach. Das ist noch eine recht starke Armee. Und, äh,